Musik ARD Text im Auftrag von Funk Fokust du nur noch ab jetzt? Gar nicht, auch gut. LOL. Timo, du bist tot. Ja, ja. Ja, nimm meine Krähe mit, finde ich schön. Äh, Arthrox dürfte keine passive mehr haben. Ja. Fertig. Fok, die können mir jetzt wohl nicht den Porta geben, ne? Danke, Nunu. Er stirbt nicht mal. Richtig schlecht, Marcel. Richtig schlecht. Au. Wollen die mich denn so hart? Füllen die nicht. Auch. Oh, Vega. Hallo. Vega. Ach, ich mache immer noch indirekten Kills. Oh Gott. Vega, lauf da rein. Heil dich. Ich hab gleich ult. Gleich hab ich ult. Vega, bitte lauf da rein. Ja. Ja. Ja und stirb. Hahahaha. Nein. Fuck. Geil. Krähe OP. Dümdüm. Ja, schieß ihn, schieß ihn noch weg. Schieß ihn noch weg. Ja, 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 ja. Moment, ich kriege dich, ich kriege dich. Oder auch nicht. Hätt warten sollen. Ja, hättest du machen sollen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. I got him. Oh Gott. Einfach blinds. Einfach so was blinds. Also ich ziel nicht, nur ich drück los noch. Boah, eine Kuh, alter. Alter Schwede. Ja, meine Krähe kam auch noch, ne? Ah, er ist danach. Jajaja. Boah, laufen ihm meine Pilzen. Du fick dich. Wo hast... den ziehen. Ja, da muss ich auch irgendwo ran kommen. Aber es werden ja immer die Minutes sofort weggemacht. Nimm... Einen Gegner. Fickt euch. Tryhard hat mehr, ey. Das war jetzt nicht auf die Minutes gezählt. Eigentlich wollte ich die Gegner dahinter haben. Ja, Dennis hat aber auf die Minutes. Ey, das ist doch ein Scherz. F**k, ultet mich Walger. Auf. Loll. Los Walger, hol dir den Heal. Oh ne. Oh schade. Du machst so wenig damage. War schon grad ein bisschen witzig da unten, muss ich zugeben. Bin aber noch zu swishy, hab ich gerade gemerkt. Du swishy? Ja. Den müsstest du doch irgendwann mal lernen, oder? Nee. Nicht wirklich. Oh Gott. Nein, die will doch nicht. Ich will doch nicht. Nein. Dead Ward. Dead Ward ist tot. Sehr gut. Meinst du die brauchen auch 5 Hits für ein Ward? Für ein Zeit Ward? Mann. L. Ich komm nicht ulten. Wie? Ich konnte ulten. Aber bitte nicht in mein Gesicht. Was? Ja, ich komm doch. Ich hab nichts gesagt von ich komm doch, ich hab gesagt ich konnte ulten. Jaja, du hast gesagt ich komm ulten. Achso. Power tanken? Ne, brauchst nicht. Und sie hielt sich wieder hoch. Ich dachte Tarek hat jetzt zu kill. Dachte ich jetzt auch kurz. Boah. Ich hab Lux zu lange nicht mehr gespielt. Oh. Schon wieder dieses KS einfach. Report Lux man. Vor allem in der Q. Report Lux. Halt die Schnauze. Report es. Oh. Ich hab's nicht mehr angegriffen. Ey, warum stirbt ihr nicht? Hab ich mich grad auch gefragt. Ich hab's nicht mehr angegriffen. Hahahaha. Ulti denied. Ok, den Komet hab ich jetzt nicht kommen sehen. Ist die Animation vom Komet bestäunigt worden? Ah, weiß ich nicht. Go, go, Power-Rail, Tarik! Dum, 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 dum. Tarik, Pettackel! Stun ihn, wenn du kannst. Oh. Oh. Bye, bye. Ernsthaft! Noll. Ernsthaft? I'm survived! Doch. Einfach ruhig die durchziehen. Und schon hab ich mit vorne already. Ah, lohnt sich doch. So, und jetzt die Tränke noch verkaufen. Obwohl, ne, mach erstmal hier diesen Handschuh fertig. Den du aus deinem zweiten Item baust. Hm? Ja, den Handschuh erstmal fertig aus deinem zweiten Item. Okay. Ich hab meinen Schaden genommen, weil ich weit raus war. Ja. Du, 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 du. Gut, direkt gehen. Bis spät. Ja. Du, 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 du. Verdammt. Verdammt! 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 Creme, warum fliegst du so langsam? Jetzt beschwere dich nicht weh, Kais! Die Creme lohnt zwar, aber... Du stirbst. Nein! Oh, der hiel! Trian, ey! Ich wollte Vega gerade noch stunnen. WTF? Mir macht Taric Spaß! Komm für das Game. Komm für das Game mit Timo.